Sind wir wirklich alle Nerds? Interdisziplinär, das ist ja schön, aber wie funktioniert das? Wie stemmt man eigentlich große Kundenprojekte und wie viel Ahnung muss man von Technik wirklich haben? Wenn ihr wissen wollt, wie es hinter den Kulissen bei so einer Schrader wirklich aussieht, dann schreibt uns, sendet eure Fragen an jobs.sinnaschrader.com und ihr findet unsere Antworten auf radicalmonday.de. Wir freuen uns auf eure Fragen.